Auf die Plätze, fertig, los! 2015 beschäftigte sich die DAF Webcon unter dem Titel Deutsch spielerisch gestalten mit Game-Based Learning. Die Höhepunkte waren in diesem Jahr sicher die beiden Podiumsdiskussionen. Die Diskussion Bye-Bye-Klassenraum, Hallo Computerspiel wurde von der Deutschen Welle organisiert und direkt aus dem Sendesaal in Bonn live übertragen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Serious Games? Was ist das, worüber wir hier reden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017